Hallo Leute und herzlich willkommen... Nein. Wie geht nochmal meine Begrüßung? Hallo meiner... Oh mein Gott. Schon wieder mein scheiß Bruder. Verpiss dich. Halt's Maul! Verpiss dich. So Leute, mein Hurensohn Bruder, also... Ich muss ihn jetzt in echt beleidigen, der ist voller Arschgefickter Hurensohn. Hab ich gerade Arschgefickter Hurensohn gesagt? Äh, nein, natürlich meine ich es nicht. Äh, natürlich nicht. Sorry, mein Bro. Aber manchmal ist das echt so ein... Ähm, bevor ich Video anfangen hab, hab ich bisschen... Ähm, Bäume... ...geholt. Also kaputt gemacht, mit der Steinachsel. Und... ...was ich noch neun hab... Okay, mein Bruder kommt gleich rein. Ich wette... Ich wette, mein Bruder kommt gleich rein. Oder mein Mutter. Guck! Steh auf, auf zu denen, du keiner Pischer! Nee! 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 Video checkerin! Und schon wieder hat mein Bruder gepetzt. Mama, du hast wenig gemacht, sie hat mein Bruder gemerkt. Okay! Mensch, ärgere dich nicht. Ich komm doch schon. Leute, wir sehen uns gleich. Ich bin wieder da, Freunde. Freunde. Jetzt muss ich so, äh, so, 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 so. Ich brauch ungefähr... ...25 oder... ...26 Stück. wait... ... ... Ich durche noch eins. Scheiße! никомst... ... ... Wo ist dieser Scheissspinisch? Ooh! kühlschrank offen ich habe hier noch eins 3 23 wo habe ich noch 30 nicht aber das spiel bleibt so stehen jetzt ist wieder jetzt eigentlich das wegen nach mein ernst ist es gerade ein fucking ernst waaah straightfush bir daha içeri gelersen video çekerken çok fena olur am sana tamam mı hadi bu sefer döveceğim seni abone ol 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 zwei und drei stück zwei stück ich hab ja jetzt aber ich brauche drei oder nein oder ich brauche hier ganz genau umgejagd was ist das für ein scheiß ganz schön dunkel geworden und ich kann jetzt wieder nicht rausgehen wegen dieser scheiß eisentüren wir haben jetzt unser weg nach unseren und ich werde euch den besten format der lebens zeigen also ich habe eine hülle gefunden und ich werde es euch zeigen ich will auf alles das habe ich nicht selber gemacht steht du schon wieder draußen nein 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 komm her komm her komm her komm her komm komm her komm komm niks passier Nein, Mann! Du scheiße Missgeburt! Boah, ich brauche dich, du König Peripo! Und ja, jetzt habt ihr meine Höhle gesehen, wo ich seit Jahren gearbeitet habe. Wie bist du, Meister? Wie bist du Pinna? Äh, bei... Ach Gott, ich werde... Wie kennt ihr so rein? Komm, ihr Missgeburten! Oh Mann! Oh Nein! Oh Mann! Ich mache einfach später, ich zeige euch jetzt das Geile. Ähm, wen soll ich mitnehmen? Den... Reiten! Oh, sorry! Komm, lass reiten gehen. Hallo, warum geht der nach Berlin? Hallo, da ist nix! Komm doch! Hallo, da ist nix! Schreibt's in die Kommentare, warum macht der so? Hallo, da ist nix! Der Lenker hat selber! Okay, so endlich! Ah! Ich habe fast untergefallen. Ich rühre auf alles, das habe ich nicht gemacht. Zehn Minuten. Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Vergesst mich nicht zu abonnieren. Ciao! Ciao!